ja ich habe ja meine mine genau gut gemacht er will nur nicht dass ich den ganzen rum er hatte er du besser dieser weg sei jetzt ausgewiesen beim aufrollen einfach weg schießen ich gehe mal weiter nach hinten auf einmal so ein baum hinter mir ich drehe mich um und baller den einfach weg aber ich habe das vermisst das war so ein fan mit der wahl war ja meine mine hat den getroffen hätte ich jetzt mal schaden genommen habe und schlangen wixer nicht die ganze ball kaputt machen weil er wird wütend ich bin der einzigste der das kann ich kann aber klatschen mit dem dinge auf damit habe ich noch nie gesehen ich glaube wir haben noch nie gesehen wieder die wütend wird dann noch ich bin voll weg wie so geschickt könnte die auf dem rücken liegt ich bin ungefähr ich komme nicht über hohen wort da einfach zu mir rüber ich weiß dann wie du bist eifersüchtig auf meinen erfolg also wo aus meinem ihn nicht weiter kaputt ich habe noch nicht ein trinkpäckchen benutzt ok ok so heißen die dinge ab jetzt bin ich gut ich dachte etwa schon ja oder brennt wenn die brennt werden wird dann fleischweichen dann geht die leichter zu schneiden mitten in die fresse ja und er ist tot oder ja cool es plus bei deinem rang ja ich habe ja ich zeig dir wo dein platz ist dann hier ich mache nicht war dann das war gott gleich 200 ich habe 183 ok ich habe da und da wird er sieht schon er bewegt sich ziemlich schnell er guck mal der ist voll über aktiv alter rechts links doch gott das aggressiv aus ich sehe schon der schnell oder ja ich weiß gar nicht was müssen wir eigentlich von dem kaputt schießen dazu bekommen was wir brauchen weil ich getan was ist das ja 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 ich weiß dann habe ich schon mal gehört aber ich würde von hinten irgendwann getroffen also dinge sind hier aus dem boden ja die dinge aber ich kann mich nicht heilen kann kein item einsetzen weil der gelähmt ist wahrscheinlich jetzt kann ich ja der lehmeffekt schließt mal die dinge ab die schießen bälle auf uns auch die ganze zeit gar nicht die sind viel zu schnell hinter dir diese dinge auch ich weiß was du meinst aber kann sie nicht abschießen oder so er geht glaube ich nicht ich kann jetzt hier der hat hier so zwei stacheln die kann ich abschließen ja die meine ich aber die kugeln kann ich irgendwie nicht abschließen ja ich meine auch nicht die kohle ich meine diese stacheln die halten aber ganz schön weil aus der ding kristet uns von allen seiten der getroffenen die ganze zeit und ich kann mich nicht eilen weil ich geschockt bin aber er verpistete ich super okay ich lebe noch da guck dir mal meine lebensenergie an direkt ich respektiere deinen arsch aber ich habe gerade kaputt gemacht kommt nächste kaputt gegangen ich habe aber nichts bekommen Gott ich muss mich heilen Aua die fliegen alle auf dich zu die kugel okay das fiat irgendwie die kugel abgewährt ja allein ich bin tot damit ich wieder belehne die fiat wird die kugeln blockiert ich habe noch ein paar kanaten hier ein baum ich habe irgendeine herausforderung hat bekommen wieder wieso der baum ist doch egal wenn der stirbt da war mir im weg was hat wir fangen als der was willst du denn von mir ich habe die kugel zum daniel geschossen nein ausgerechnet jetzt oh gott und das dicke dinger das war eine dicke kugel was auch ich sage noch pass auf erledigt wird ich habe es geschafft ja auch ich habe nur ein ehe ich kann es gesehen jetzt nur ein von so einem ding bekommen irgendwie geil ja ich bin schon am kämpfen mich gewohlen ab wo konnte die ganze zeit die mini gehört dann ja ich habe geschrieben zwanzfedern halleluja ja da besorge ich will kommen natürlich gehen wenn du was krieg ich nicht aber wenn das ist das leben ja der leben bevorzugt nur einfach die dich benachteiligten also mit dir was sehe ich nur einfach so über den boden rutschen eigentlich nicht da reinrollen nicht eigentlich auch nicht aber ich war im kart haben wir schon tot kapitizätsmagazin ja dann hier spürst du das so fühlt sich da ja 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 ja